Obdachlose Das neue Adventure der Pendulo Studios macht die ganze Handlung aber noch etwas mysteriöser. Bevor nämlich Yesterday das erste Mal gesteuert wird, ist der Spieler zunächst als eher unsympathischer Student Henry White unterwegs. Das Ganze ist zu Beginn nicht nur ungewöhnlich verworren, sondern anders als in den Runaway-Spielen auch komplett ohne witzige, humoristische Einlagen. Stattdessen präsentieren sich Charaktere und Handlungen düster und unheimlich, was durch die dunkle und omnipräsente Erzählerstimme noch verstärkt wird. Du glaubst endlich auf jemanden getroffen zu sein, aber es ist nur eine Schaufensterpuppe. Spielerisch hingegen ist der Fall John Yesterday gar nicht so ungewöhnlich. Wie in anderen Adventures auch werden Gegenstände eingesammelt und kombiniert und zahlreiche Multiple-Choice-Gespräche geführt. Dank einer Hotspot-Anzeige per Tastendruck ist auch im dunkelsten Szenario schnell ersichtlich, an welchen Stellen Dinge eingesammelt oder benutzt werden können. Wer trotzdem nicht weiter weiß, lässt sich Tipps geben. Zwischendurch gibt es immer wieder kleine Knobelaufgaben zu lösen. Auch wenn hier ein paar knifflige Herausforderungen warten, bleibt das Rätseldesign fair und fast immer logisch. Zumal auch die Anzahl der Gegenstände im Inventar nie zu groß wird. Optisch setzen die Entwickler wie in früheren Spielen auf den Comic-Stil. Der zeigt zwar nicht sehr viele Details, ist aber mit seiner Ästhetik und den Einlagen wie Bild-in-Bild-Sequenzen sehr stimmig umgesetzt. Mein Name ist... Du bist spät dran! Die deutschen Synchronstimmen überzeugen ebenfalls. Insgesamt ist der Fall John Yesterday allerdings eine eher kurze Angelegenheit. Viel mehr als sieben Stunden dauert es nicht, die Ereignisse aufzuklären. Wo findet der Orden des Fleisches wieder zusammen? Ein sehr verworrener Einstieg und nicht unbedingt sympathische Charaktere. Vor allem Runaway-Fans werden in der ersten Spielstunde doch etwas enttäuscht sein. Mit der Zeit gewinnt das Spiel aber zunehmend an Qualität. Die Lücken in der Handlung klären sich auf, das Rätseldesign ist stimmig, die Atmosphäre schön düster. Die großartige Qualität früherer Titel erreichen die Pendulo Studios diesmal nicht. Ein insgesamt gutes, wenn auch recht kurzes Adventure ist ihnen aber auch dieses Mal wieder gelungen.